YouTube arbeitet an der nächsten Eskalationsstufe zum Blockieren der beliebten Werbeblocker. Das droht, die Blockierung von Werbung deutlich schwerer bis nahezu unmöglich zu machen, wie es WinFuture hier schreibt. Was wir zu Googles neuen Plänen bisher wissen, das schauen wir uns in diesem Video zusammen an. Der grundsätzliche Deal mit YouTube und seinen Nutzern ist ja, YouTube kriegt die Daten der Nutzer plus ihre Zeit, damit sie Werbung sehen und dadurch die Plattform kostenfrei, also ohne Geld zu zahlen, nutzen können. Es war lange ein offenes Geheimnis, dass sie nur zu diesem Deal einseitig aufhebeln konnten, indem sie eben Werbeblocker verwenden. Dadurch wurde keine Werbung angezeigt, aber sie konnten die Videos trotzdem anschauen. Über viele Jahre hat der Konzern das toleriert, es war wohl eine Mischkalkulation, doch die Werbeeinnahmen, die sanken, deswegen sah sich Google anscheinend hier gezwungen, etwas zu unternehmen. Es fing so 2021 an, wo man erst mehr Werbung zeigte, da habe ich hier den ersten Beitrag zu gemacht, da könnt ihr es im Detail nachlesen oder nachgucken. Später begann YouTube auch erstmals gegen Nutzer von Werbeblockern vorzugehen, indem es da erst solche Hinweismeldungen gab, später aber auch strikte Einschränkungen, wo man das nicht mehr richtig nutzen konnte. Die Richtung war klar, YouTube wollte mehr Geld aus seinen Nutzern herausholen, so wie es die Konkurrenz im Bereich der sozialen Netzwerke schon längere Zeit macht. Gerade Facebook ist hier ganz vorne mit dabei, die holen aus so einem durchschnittlichen Nutzer satte 201 Euro pro Jahr heraus. Und das, obwohl die Bildschirmzeit bei Facebook hier geringer ist als bei YouTube. Das führte zu einem Katz-und-Mausch-Spiel von Google gegen die ganzen Betreiber von diesen Werbeblockern. Da habe ich dann auch nochmal einen zweiten Beitrag dazu gemacht, der das ausführlicher Zustand 2023 dagegen Ende vom Jahr aufzeigt. Laut den Entwicklern von Werbeblockern änderte YouTube den Code zum erkennende Werbeblocker. Mehrmals am Tag hier zum Beispiel, haben sie gesagt zweimal täglich. Parallel geht Google auch seit einiger Zeit gegen alternative Oberflächen vor, die eben YouTube-Videos anbieten, aber eben ohne die ganze Werbung. Ich habe hier beispielhaft nochmal einen aktuelleren aus April 2024 rausgepickt, da ist eine andere Software, um das hier mal beispielhaft zu verdeutlichen. Insgesamt also ein recht aggressives Vorgehen, das führt auf beiden Seiten zu diversen Kollateralschäden. Hier zum Beispiel haben Videos mal langsame Ladezeiten gehabt, da dachte man, das ist irgendwie ein Trick von Google, aber nein, es war hier ein Werbeblocker, der da einen Fehler gemacht hat. Bei anderen Maßnahmen, da ist es nicht so ganz klar, wer da jetzt was falsch gemacht hat. Auf jeden Fall sieht man, man ist hier in einer Art Krieg YouTube gegen Werbeblocker. Seit meinem letzten Beitrag, der jetzt etwa ein Dreivierteljahr alt ist, hat sich da so ein Katz-und-Maus-Spiel entwickelt, mal liegt Google vorne, mal die Betreiber und Entwickler von den Werbeblockern. Denn Google hat wesentlich mehr Macht im Web, als sie bisher mit diesen Maßnahmen demonstriert haben, im Gegenteil, das war ziemlich wischiwaschi. In der Diskussion zu diesem Beitrag von mir habe ich das hier auch mal ausführlicher erklärt. Im Kern geht es darum, dass die Werbung ja kleinseitig drübergelegt wird. Stattdessen könnten Sie die einfach direkt in das Video einbauen. Das heißt, ich kriege bloß noch ein Video und weiß gar nicht, wann ist Werbung, wann ist Inhalt da. Nächste Stufe wäre das, mit DRM, also Digitale Rechteverwaltung, zu schützen, weil dann der Adblocker, der ja dann dieses DRM-Geschützte versucht zu knacken, aufzubrechen, der würde dann eine Urheberrechtsverletzung begehen. Der Startschuss zum ersten Teil ist jetzt wohl gefallen. Am 12.06. gibt Sponsor-Blog bekannt, dass YouTube jetzt mit serverseitig initiierter Werbung experimentiert. Nein, doch! Um Sponsor-Blog zu verstehen, muss man erstmal wissen, dass es auf YouTube zwei grundverschiedene Arten von Werbung gibt, die technisch ganz anders funktionieren. Die erste Variante, der Kanalbetreiber lädt ein Video auf YouTube hoch, in dem er schon einen Werbe-Blog einbaut, zum Beispiel von einem Sponsor, der dafür Geld bezahlt. Das ist ziemlich statisch, ohne Auswertung, ohne Tracking, ohne irgendwas. Das sieht einfach jeder Zuschauer von diesem Kanal irgendwo im Video einen Werbe-Blog. Ob und wie viel davon eingebaut wird, das entscheidet der Kanalbetreiber. Ich zum Beispiel mache das nicht. Bei Sponsor-Blog wiederum, da kann man solche eingebettete Werbung vom Kanalbetreiber melden. Hier gibt es dann entsprechende Knöpfe, kann man sagen, hier, da ist irgendwie so ein Sponsorship, so eine Werbung, die dafür eben bezahlt, dass der Kanalbetreiber das einbaut. Und es wird euch dann im Video angezeigt. Hier zum Beispiel seht ihr, da wäre jetzt so ein Werbe-Blog drin und hier vorne auch. Dann könnt ihr den entsprechend überspringen. Dazu müssen sie ja die Zeitstempel speichern, wenn so ein Nutzer meldet, hier ist jetzt gesponsorte Werbung. Werbung, das zerstört aber diese Erweiterung, weil die merkt sich ja diese Zeitstempel dadurch falsch. Dadurch, dass YouTube jetzt direkt in das Video Werbung einfügt, verschieben die sich ja. Bei dieser gesponsorten, im Video eingebauten Werbung vom Kanalbetreiber sieht YouTube keinen Cent, die sind da komplett raus. Daher ist YouTube das ziemlich egal. Die bauen ihre eigene Werbung von den Kunden, die YouTube dafür bezahlen, in die Videos nochmal zusätzlich ein. Die ist dynamisch, es wird zum Wiedergabezeitpunkt entschieden, welche Werbung an welcher Stelle erscheint und auch wie viel. Das betrifft die gesamte Plattform, da hat der Kanalbetreiber auch wenig Einfluss drauf. Die klassischen Werbe-Blogger, die haben keine Chance sowas zu erkennen. Warum? Weil bisher ist das getrennt, das heißt, ich habe praktisch einen Datenkanal für das Video, das ich sehen möchte, einen zweiten für die Werbung. Der Werbe-Blogger kann die relativ klar trennen, daher hat das auch lange Zeit ziemlich gut funktioniert. Solche Drittanbieter-Oberflächen, die machen es sich noch leichter. Sie laden einfach nur die Videos, die sie abspielen möchten, in ihren Player und ignorieren die Werbung komplett. Die wird gar nicht erst geladen, also muss man sie auch nicht blockieren. Diese neue in den Video-Stream, in das Video eingebaute Werbung von YouTube, die wird deutlich schwieriger zu erkennen. Wie schwierig kommt darauf an, wie YouTube das konkret umsetzt? Die Werbeanzeigen, die ändern sich ja, das heißt, dass man mit einem einfachen Meldesystem, wie hier von Sponsor-Blog, nicht einfach das Ganze melden kann und dann passt das für alle. Man bräuchte wohl eine Art maschinelles Lernen, wo man die Bilder sich in dem Video anguckt und dann eben mit der entscheiden kann, ist das typische Werbung oder ist das Inhalt. Das ist kompliziert, fehleranfällig und vor allem kostet deutlich mehr Ressourcen als eben die bisherige Variante. Im Moment scheint das noch ein sehr kleines Experiment zu sein, daher werden viele von euch das wohl noch nicht mal mitbekommen haben. Das war aber auch bei den vorherigen Blockaden so, da hat man erst mal angefangen mit einer kleinen Nutzerschaft, um das zu testen, sammelt da Erfahrungen, Reaktionen, guckt, was am besten funktioniert. Das kann sich über Monate hinziehen. Ob und wie Google das dann ausrollt, das ist im Moment noch völlig unklar. Aber es kostet ja auch denen zusätzlich Rechenzeit, mehr Ressourcen pro Video, je nachdem, wenn es ja verschiedene Werbungen gibt, dann kann das schon problematisch werden. Dazu würde es zu weiteren Problemen und Kollateralschäden führen, zum Beispiel die Zeitstempel, die gibt es ja bei mir in der Videobeschreibung, wo man dann die Kapitel hat unten beim Video. Oder aber auch die Kommentare, wo man ja oft so einen Link drin hat, wenn man sagt, bei Minute 3, 22 ist irgendwas passiert. Klar ist alles irgendwie lösbar von beiden Seiten. Maßgeblich würde am Ende sein, ob es wirtschaftlich ist. Aus kommerzieller Sicht könnte man zudem die Kosten reduzieren, wenn man beispielsweise guckt, welche Nutzer blockieren am meisten Werbung und dann mit diesen Daten hergeht und das zum Beispiel nur für die Nutzer macht, die häufig oder immer einen Werbblocker verwenden. Dazu ist das aus der Anfang. Google hätte noch wesentlich mehr Möglichkeiten, hier den Leuten Steine in den Weg zu legen, zum Beispiel, wie hier erwähnt, mit DRM, dann wären solche Werbeblocker zumindest mal rechtlich nicht legal. So könnte man gegen die vorgehen, plus Manifest V3. Sie haben natürlich auch Chrome. Die Mehrheit von euch nutzt das ja und unterstützt damit das Monopol. Das heißt, da haben sie viele Möglichkeiten, um hier noch weiter zu eskalieren, falls das nicht zum gewünschten Ergebnis führen sollte. Man darf gespannt sein, ob Google das tatsächlich in ein paar Monaten größer ausholt. Fakt ist jedenfalls, wir wissen seit dem 12. Juni, dass der Startschuss gefallen ist. Da laufen nun die Tests. Je nachdem, was sie für Ergebnisse liefern, wird das über die Zukunft von dem Ganzen entscheiden. Falls du mehr dazu wissen möchtest, findest du am Rand noch ein paar andere Videos, wo ich aufgezeigt habe, welche Macht Google besitzt und auch andere Konzerne, sowie eben das Ausnutzen, denn das ist ja meist dann ein kurzer Weg. Was denkst du darüber? Wird Google da weiter eskalieren? Wenn ja, in welche Richtung? Schreib es gerne auf uns zu gelabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.